Herzlich Willkommen zu unserem kleinen Ganzkörper-Training. Mithilfsmittel heute bedeutet Kurzhantel, Langhantel. Und zwar beginnen wir heute mit der Langhantel, aber ganz leichte Bestückung. Ich würde empfehlen für Männer 2 Kilo auf jeder Seite und die Damen 1 Kilo, aber das kann man immer noch individuell einstellen. Gut, ansonsten brauchen wir noch Kurzhantel, verschiedene Größen und eine Matte. Gut, wir beginnen mit der Aufwärmung. Schnappen uns direkt die Langhantel. Gut, wir gehen in die Grundstellung, Oberkörper schön gestreckt, die Füße ein bisschen breiter auseinander, die Beine immer leicht gebeugt. Die Hände sind neben den Oberschenkeln, die Handel von oben greifen, schön strecken. Und dann beginnen wir immer mit der Schulterkreisung nach hinten. Gut, schön auf die Schultern konzentrieren. Gut, schön nach oben ziehen, nach hinten wegziehen und wieder runter. Andersrum. Gut, noch drei. Zwei. Zwei. Und eins. Gut, gerade stehen, Schultern nur hoch und tief. Hoch. 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 Oberkörper schön gerade halten. Körpermitte anspannen. Und eins. Drei. Zwei. 1, Arme anwinkeln. Und wieder kreisen. Schön weit zurück die Schultern. 3, 2, halten. Tief, hoch. Nur die Unterarme. Ellbogen schön an der Seite lassen. Und die Stange richtig weit hochziehen. Ellbogen eng am Körper. Noch 3, 2, und halten. Der Arm ist 90 Grad gebeugt. Die Unterarme stehen waagrecht. Jetzt ziehen wir einfach die Ellbogen hoch. Die Hantel landet vor der Stirn. Tief, hoch. Die Ellbogen immer noch schön eng zusammenziehen. Die Bewegung kommt nur aus der Schulter jetzt. Der Winkel im Ellbogen bleibt so. Noch 3, 2, 1, und halten. Und die Oberarme sind waagrecht. Die Ellbogen schön eng. Und jetzt den Arm strecken nach vorne. Beugen. Beugen. Komm, haltet die Ellbogen ruhig. Die Stange nicht an die Stirn schlagen. Noch 3, noch 2, und halten. Hoch, ganz hoch jetzt. Aus der Position. 4, 2, 2, 1, halten. Und ab. Hantel schön lang. Die Arme schön runter. Schultern locker machen. Gut. Hände immer noch neben den Oberschenkeln. Der Arm ist immer noch leicht gebeugt. Bitte niemals ganz durchdrücken. Leichte Beugung. Ellbogen zeigen nach außen. Hoch. Der ganze Arm. Komm. 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 Oberkörper schön ruhig halten. Spannung in der Körpermitte. Beine leicht gebeugt halten. Komm. 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 Noch 4, noch 3, noch 2. Und halten oben. Ranziehen und strecken. Elbogen oben lassen. Elbogen oben lassen. Gut so. Komm. Komm. Haltet den Oberkörper aufrecht. Gut. Und schneller. Auf geht's. Komm. 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 Noch 4, 3, 2, 1 und ab. Gut. Ganz kurz ablegen. Bisschen ausschütteln. Macht die Schultern locker. Ja. Komm. Wir haben kein Gewicht drauf auf der Stange. Gut. Wir greifen die Hantel breit. Die Hände sind fast am Gewicht. Bleibt schön gestreckt. Die Hantel geht zur Seite. Wechsel. Wechsel. Oberkörper schön ruhig halten. Ohne Schwung das Ganze. Ohne Schwung das Ganze. Hoch. 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 Noch 3. Noch 2. Und auf einer Seite oben bleiben. Kurze Bewegung. Und hoch. 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 Komm. 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 Schön kontrollieren die Bewegung. Sehr schön. 3, 2, 1. Wechsel. Halten. Und kurz. Kurz. Komm. 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 Beide Arme sind nur leicht gebeugt. Noch 3, 2, 1. Halten. Wieder nach unten. Schön aufrichten. Beugt die Beine wieder ein bisschen. Auch hier geht die Hand wieder nach vorne. Hoch. Teams. Team. Komm. Nur auf Schulterhöhe gehen. Noch 3, 2. Halten. Eine Seite ranziehen. Im Wechsel. Und vor. Arbeiten nur mit einer Seite erst mal. Im Wechsel war falsch. Nur eine Seite. Vor. Ein Arm bleibt gestreckt. Komm. 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 Lass den anderen Arm vorne. Weiter. Ja. 3, 2. Halten. Andere Seite ranziehen. Komm. 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 Paddel. Auf geht's. Paddel. Auf geht's. Andere Seite. Andersrum. Komm. Die Arme sind vorne. Nicht am Körper. Stange weg vom Körper. Komm. 4, 3, 2, 1. Halten. Ab. Kurze Pause. Gut. Schulter ist schön tief. Ich hab ein Kilo gesagt. Und ja, das war der Fehler. Ja gut, Martina ist das schlechte Referenzpunkt. Gut, wir nehmen die Handel wieder auf. So, wir machen vom Körper weiter. Von der Position aus. Nach oben. Hoch. 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 Noch drei. Noch zwei. Oben bleiben. Gut. Und kurz. Hoch. 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 Noch drei, zwei, halten. Arme leicht gebeugt. Oberkörper leicht zur Seite. Wechsel. Wechsel, wechsel. Ganz kleine Bewegung nur. Komm, 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 komm. Noch drei, zwei, eins. Gut, wieder vor. Ranziehen, strecken. Ranziehen, strecken. Komm, 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 komm. Oben bleiben. Schulterhöhe und schneller. Komm, komm, komm. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und halten. Und ab. Gut. Wieder kurz lockern. Ausatmen, durchatmen. Oberkörper strecken. So. Die Hantel hinter den Körper. Haltet den Oberkörper schön aufrecht. Beugt euch so wenig nach vorne wie möglich. Beine trotzdem leicht gebeugt. Auch die Arme leicht gebeugt. Nicht strecken. Ellbogen zeigt nach außen. Und dann weg mit der Stange nach hinten. So weit wie möglich. Dabei bitte nicht nach vorne beugen, sondern arbeitet nur aus der Schulter heraus. Komm, 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 komm. Schön weit weg nach hinten. Komm, Bauchspannung. Schultern tief. Komm, 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 komm. Noch vier, drei. Richtig wegziehen. Zwei. Und hinten halten. Kurze Bewegung. Komm, komm. Streck den Oberkörper. Bauchanspannung. Fünf, vier, drei, zwei. Eins wieder ran. Ellbogen hochziehen. Komm, so hoch wie möglich zieht die Stange hoch. Komm, 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 komm. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Hintere Schulter. Komm. Richtig hoch. Noch vier. Noch vier. Drei. Zwei. Oben halten. Höher hoch. Kurz. Komm, komm, komm. Höher. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und halten und weg. Gut. Gut. Sehr schön. Die Arme kurz lang. Oberkörper schön gestreckt. Die Hand ist leicht. Die Hand ist leicht. Immer sich einreden. Die Hand ist leicht. Gut. Wir nehmen die Hand hinter den Kopf. Gut. Bitte schön tief nicht auf die Halswirbelsäule legen. Und dann gehen wir mit dem Oberkörper nach vorne. Leicht. Gestreckter Oberkörper. Keinen runden Rücken machen. Und die Bewegung. Vor. Fangen langsam an. Haltet den Oberkörper gestreckt. Blick nach vorne. Beine. Beine leicht gebeugt. Po nach hinten. Gut. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und tief. Komm. Und komm. Noch drei. Zwei. Vorne bleiben. Halten. Kurze Bewegung. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Oberkörper bleibt gestreckt. Bewegung ganz kurz. Komm. 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 Noch drei. Noch zwei. Und vorne bleiben. Halten. Oberkörper zur Seite ziehen. Halten. Bauchspannung. Andere Seite. Wechseln. 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 Schneller. Komm. 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 Bauch anspannen. Richtig. Auf geht's. Bleib schön vorne. Vorne. Drei. Noch zwei. Und eins. Nach vorne ausrichten. Und wieder aufrichten. Hantel weg. Gut. Sehr schön. Die Hantel erstmal weglegen. So. Wir machen weiter mit den kurzen. Gewicht. Gewicht zwischen ein und drei Kilo kann das Gewicht sein. Nicht schwerer. Ich habe hier vorne noch zwei Zweier liegen. Gut. Auf geht's. Wir beginnen vorne. Oberkörper vor. Schön gestreckt. Bauch anspannen. Gewichte nach unten. Ellbogen nach außen. Und dann. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Hoch. Bitte ohne Schwung den Oberkörper ruhig halten. Bewegung aus der Schulter heraus. Komm. 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 Noch drei. Noch zwei. Und oben halten. Möglichst hoch die Ellbogen oben lassen. Oberkörper vorne. Und eine kleine Bewegung machen. Kurze Bewegung. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Halten. Und ab. Aufrichten. Gut. Schultern ein bisschen in's Bank. Schultern schön tief. Die Arme lang. Arme nach vorne hoch. Ellbogen zeigen nach außen. Und eine kleine Bewegung machen. Abwechseln. Und. Kack. Schön auf Brusthöhe halten. Und dann hoch. Und tief. Kleines Stückchen auseinander. Komm. Achtet drauf, dass die Ellbogen oben bleiben. Der kleine Finger ist ein bisschen höher als der Daumen. Und wir ziehen nochmal hoch die Bewegung. Komm. 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 Und tief. Bisschen breiter wieder. Keine Schmerzen. Und hoch. Komm. Und tief. Noch einmal breiter. Komm. Die letzten fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Nochmal hoch. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Tief. Und halten. Elbogen nach hinten. Hoch. Und ab. Gut. Kurze Pause. Und die Schultern lockermachen. So. Wir trinken was. Gut. Die Kurzhandel nochmal. Abschließende Aufwärmung. Drei Minuten boxen. Dabei die Beine schön tief. Oberkörper voll bewegen. Die Beine mit einsetzen. Links-Rechts-Wechsel. Wir beginnen langsam. Haltet die Handel immer auf Brusthöhe. Und dann beschleunigen. Schnell nach vorne und wieder zurückziehen. Und vor. 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 Komm. 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 Gut. 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 Und nach vorne wieder. Schwinger, ausholen. Ellbogen hoch. Gut, Hake von unten. Schön hochziehen, in die Knie gehen. Die Beine mit einsetzen. Sehr schön. Komm, komm, komm. Und vor wieder. So, der Schlag von oben nach unten, ausholen. Komm, hinten hoch und dann runterziehen. Komm, 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 komm. So, schneller. Schön die Ellbogen hinten hoch. Von oben nach unten ziehen. Komm, nach vorne. Bleibt im Rhythmus. Hoch. So, nach vorne. Gut, eine Hand an die Brust. Und zur Seite. Jab, jab, jab. Komm, 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 komm. Immer an dieselbe Stelle. Auf geht's. Komm, 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 komm. Und schneller. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wechsel. Komm, 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 komm. Gut so. Und schneller. Konzentrieren. Und schneller. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Gut, nach vorne. Komm, atmen. Spannung. Beide Hände an die Brust. Fest zusammenpressen. Und Bauchmuskulatur. Komm, Bauchspannung. Press die Hand fest zusammen. Und schlagen. Auf geht's. Komm, 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 komm. Wieder an den Brustkorb. Und seitlich. Seitliche Rumpfmuskulatur. Komm, 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 komm. Nur über die Seite gehen. Und schneller. Bauchspannung. Auf geht's. Drei, zwei, eins. Nach vorne. Komm und schlagen. Weiter atmen. Führt die Handeln senkrecht. Gut, wir verdoppeln nochmal die Geschwindigkeit. Auf geht's. Atmen. Tief. Tief. Komm, die Ellbogen fliegen. Vor und zurück. Bauch anspannen. Tief. 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 Trumpf. Brusthöhe. Und weg vom Körper. Komm, ganz weit vorne. Tief. Tief. Arme sind ganz lang. Tief. Komm, gleich ist vorbei. Tief. wieder ranziehen, tief, Bauch sparen und vorbeugen, Oberkörper gestreckt und der Endspurt, jeder gibt noch mal Gas, so schnell er kann, auf geht's, komm, 10, 9, 8, 7, schneller, 6, 5, 4, 3, schneller, 2, und 1, gut, und Pause. So, baut mal eure Langhantel ein bisschen um, und macht mal ein bisschen Gewicht drauf, wir machen mit Rücken weiter, wir brauchen die Hand zum Rudern, also ein bisschen Gewicht draufmachen, ruhig. Doppelung. Doppelung. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, die Handel bitte nur bereitlegen, die brauchen wir direkt nach dem Brustsatz, wir kombinieren Brust und Rücken, dazu gehen wir auf den Boden mit der Matte. Gut, wir gehen auf die Knie. Gut, die Hände auf die Matte, direkt an den Rand setzen, Finger zeigen nach vorne. Gut, wir bleiben auf den Knien erstmal. Oberkörper schön nach vorne schieben, Bauch anspannen und dann erstmal antesten, jeder für sich ganz langsam runtergehen. Wichtig ist, dass ihr richtig runtergeht, den ganzen Weg machen. Und tief und hoch und tief und hoch und tief und hoch halten und schneller. Achtung und eins, hoch, zwei, hoch, drei, vier. Richtig runtergehen. Komm, 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 komm. Und eins, in der Mitte halten, 90 Grad im Arm und halten, nicht bewegen. Bauch einziehen und dippen nochmal. Komm, 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 komm. Vier, drei, zwei, eins und strecken und weg. Gut. So, wir stehen direkt auf. Und schnappen uns die lange Hantel. Ohne Pause. Wir greifen die Hantel von unten. Die Hände neben den Oberschenkeln. Oberkörper geht nach vorne, so weit wie möglich. Po nach hinten. Und die Stange geht am Oberschenkel entlang in die Hüftbeuge. Achtet drauf, dass ihr oben die Schultern richtig nach hinten bringt. Die Schulterblätter zusammenzieht. Und gegen die Bauchdecke zieht die Stange. Wir fangen unten an. Und hoch, tief, hoch, tief. Achtet auf die Schultern. Brustkorb nach vorne, Schultern zurück. Oberkörper vor. Komm, komm. Sehr schön. Und zieh. Und zieh. Spürt den Rücken. Haltet den Oberkörper gestreckt. Sehr schön. Weiter. Komm. Noch drei. Zwei. Zwei. Und oben bleiben. Zieht die Stange fest an die Bauchdecke. Spürt die Schulterblätter hinten. Oberkörper ein bisschen weiter vor. Kurze Bewegung. Komm. 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 Schultern zurück. Auf geht's. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Fester Anziehen noch mal. Und lang. Aufrichten. Schultern zurück. Und wir gehen wieder vor mit der Stange bis zum Knie. Und hoch. Tief. Hoch. Oben richtig strecken. Komm. Und hoch. Und hoch. Komm. 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 Und hoch. Weiter. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Steigt euch. Noch drei. Noch zwei. Und oben gerade. Schultern zurück. Rücken anspannen. Und ablegen. Gut. Handeln wieder ein Stück weg. Und wieder auf die Matte. Ohne Pause. Komm. Auf die Knie. So. Jetzt die Hände auseinander. Die Hände neben die Matte aufsetzen. Und noch eine Handbreite dazwischen lassen. Also richtig breit. Gut. Wir bleiben wieder auf den Knien. Oberkörper nach vorne schieben. Das Becken ganz nach vorne drücken. Unterschenkel hinten hoch. Gut. Breite Handstellung. Auch hier wieder langsam beginnen. Ganz runter gehen. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief und halten oben, konzentrieren, Oberkörper gestreppt, Bauch einziehen, ein Arm bleibt so wie er ist, der andere lässt nach unten, komm, einarmig und wieder hoch, den anderen Arm oben lassen und mit einem Arm beugen, im Wechsel tief und hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief, komm, hoch und tief und hoch, komm mit einem Arm im Wechsel, auf geht's, noch zwei auf jeder Seite, komm, richtig runter gehen, tief noch eine auf jeder Seite und tief und halten, halbe Höhe, halten und kurze nochmal, Ende, auf geht's, komm, kurz, 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 vier, drei, zwei, eins und strecken, gut, sehr schön und aufrichten, Schultern zurück, Arme locker machen, so, die passende Übung für den Rücken hintenher, hinterher, Langhantel, so, wir waren am Boden, Boden mit der breiten Handstellung, so passen wir auch die Handel an, breit, auf geht's, Hände ganz nach außen, Oberkörper wieder vor, so weit wie möglich, gestreckt halten, Bauch anspannen, im Gegensatz zu eben geht die Handel jetzt senkrecht nach oben, die Handel kommt an den unteren Rippen an und bitte auch hier fest dagegen ziehen, dass sie die Stange spürt und wieder tief, Achtung und eins, zwei, drei, vier, komm, auch hier die Schultern und die Ellbogen hoch, komm und hoch und hoch, richtig ran ziehen an die Rippen, komm, spürt die Stange, Oberkörper nicht bewegen, drei, zwei, oben halten, feste Rand ziehen und kurz, komm, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, feste Rand ziehen, halten und lang und ab, gut und atmen, schön aufrichten und wir trinken was schnell Новis in Neues. Musik 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 So, wir gehen noch mal runter. So, den Rest für die Brust. Jetzt ein bisschen mehr Trizeps-lastig. Ein bisschen mehr mit den Armen arbeiten. So, wer möchte, geht hinten auf die Füße. Nicht mehr auf die Knie. Gibt ein bisschen mehr Druck vorne. Wer das dann nicht mehr schafft, geht dann einfach auf die Knie. Macht auf den Knie weiter. Okay. Unterarme, Füße. Auf geht's. Komm, Bauchspannung ganz wichtig. Und jetzt den Wechsel. Auf die Hand. Handernach ziehen. Und wieder runter. Und wieder runter. Und eins. Komm, wechseln. Komm, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch, tief, tief. Komm, 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 komm. Und hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief. Tief, Bauchspannung hoch, hoch, tief. Tief, halten. Andersrum. Andere Seite anfangen. Und hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief. Tief und schneller. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, noch drei. Noch zwei. Und einen. Halten. Und ab. Gut. Sehr schön. Wir können wieder aufstehen. Oder wir wollen wieder aufstehen. Können aber nicht. Und wieder aufstehen. Wir können wieder aufstehen. Wir können wieder aufstehen. So. Bitte die schweren kurz handeln. Männer fünf, Frauen drei. Gut, bisschen Bizeps. Konzentriert auf die Ausführung Oberkörperstrecken Schultern zurück, Schultern runter Ellbogen bleiben an der Seite Achtung Und hoch 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 Schön im Wechsel Oben eindrehen Bizeps schön anspannen oben Die Bewegung gleichzeitig Konzentriert euch nur auf den Bizeps Spürt die Spannung Wenn ihr oben seid Richtig anspannen Komm, komm Drei Zwei Eins Beide Handeln unten Handfläche nach vorne Beide Seiten gleichzeitig nach oben Achtung Und hoch Tief Hoch Tief Ellbogen bleiben an der Seite Nur die Unterarme bewegen Komm 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 Und komm Super Weiter Noch drei Noch zwei Oben bleiben Halten Nach außen drehen Hände öffnen lang Arme öffnen Und Eins Zwei Drei Vier Fünf Auf geht's Auf geht's Komm Noch drei Noch zwei Drei Und eins Und eins nach vorne Komm 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 Haltet die Ellbogen fest Komm 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 Noch vier Drei Zwei Ein Tritt hoch Und halten Fester hochziehen Anspannen Nicht lösen Halten Komm Stückchen höher noch Halten Halten Immer noch halten Komm Höher Gut Wir beugen uns nach vorne Immer noch halten Immer noch halten Ellbogen zurück Arme strecken Komm Und tief Hoch Tief Hoch Bauch reinziehen Ellbogen sind oben Komm Und strecken Und strecken Richtig hoch Auf geht's Streck die Arme Noch sieben Noch sechs Noch fünf Noch vier Noch drei Noch zwei Und oben halten Strecken Strecken Höher die Arme Und weg Super Ablegen Gut So Macht euch schön Gerade oben Aber entspannt Den gesamten Schultergürtel Macht die Arme Locker Die Schultern Tief Gut Zum Schluss Noch mal ganz schnell Das Flut nach unten Laufen lassen Richtung Oberschenkel Schulter Und tief Gut Und tief Und tief Hintern geht jetzt runter, Kopf, und tief, und ab, und atmen, Kopf, Kopf, die Arme dazu beim runtergehen nach vorne, und tief, zurückziehen, vor, Kopf, vor, und tief, tief, Kopf, spür die Oberschenkel. Und tief, und tief, noch drei, noch zwei, unten bleibe, schön tief, Arme hoch, Bauch einziehen, kurze Bewegungen, Kopf, Kopf, Arme schön strecken vor, fünf, vier, drei, zwei, eins, unten bleiben, Bauch einziehen, Oberkörper gestreckt, Arme hoch, halten, und hoch, gut, kurz ausschütteln, so So, ganz schnell Zehn Gliebeuge Sprünge, von ganz unten nach oben Wer nicht springen möchte, bitte nicht abheben, einfach nur zügig nach oben gehen, und wieder runtergehen Wer springen möchte, bitte von unten lang machen, und wieder ab, gut, wir beginnen unten, wippen viermal vor, beim fünften Mal springen wir Okay, ganz Körperspannung, die Arme nach vorne, wir gehen runter, konzentrieren, Hintern ganz tief, Arme hoch, und los geht's Eins, eins, zwei, drei, vier, vier, und sprung, tief Eins, zwei, drei, vier, sprung, tief Eins, zwei, drei, vier, sprung, tief Eins, zwei, drei, vier, sprung, tief Eins, komm mal auf, zwei, drei, vier, sprung Noch zwei, eins, zwei, drei, vier und Sprung, tief, eins, der letzte, komm, drei, vier und Sprung, halten, Arme hoch und weg. Gut. Und atmen. So, zum Schluss nochmal Einsatz baden, nehmt euch Kürzhandel in die Hand. So, stellt euch auf die Kante der Matte und wir gehen auf die Fußballen hoch, oben schön strecken, Schultern bleiben tief, die Arme einfach hängen lassen und hoch, tief, hoch. So hoch wie möglich, komm, 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 hoch, hoch, hoch. Schön feste Anspannen und spüren. Hoch und hoch. Hoch, 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 schneller, hoch, 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 komm, 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 höher, 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 noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, halten, hoch und weg. Okay, gut, ablegen. Und Oberkörper strecken. Und ausatmen. Gut, so, wir beginnen ein bisschen die Oberschenkel zu dehnen, schnappt euch die Unterschenkel, Gleichgewicht halten und einmal ranziehen. Die Oberschenkel schön nebeneinander lassen, Oberkörper gerade halten. Gut, und langsam lösen. Andere Seite. Und langsam lösen. Gut. Breite Stellung. Arme nach außen, Schultern schön hängen lassen. Und wir ziehen die Ellbogen nach hinten weg. Brustkorb schön dehnen. Und schön ausatmen. Gut, Arme ein bisschen tiefer. Hände nach hinten klappen, Arme strecken. Und nach hinten durchziehen. Schön weit. Brustkorb hoch, vorne, komm. Gut, Arme runter, hinterm Körper zusammen, Schultern runterziehen. Brustkorb hoch und Kinn nach vorne. Gut, und locker. Arme hoch, Handgelenk, die Arme schön weit zurück. Und nochmal über die Seite gehen. Schön halten. Weiter atmen. Und wechseln. Gut strecken. Und jetzt nochmal ganz wichtig, den Oberkörper nach vorne. Entspannt den Rücken. Dehnt auch hier nochmal die Rückseite der Oberschenkel. Schön runter. Kopf, Schultern und Arme locker lassen. Gut, und langsam aufrichten. Gut, schön hoch, Schultern zurück. Locker lassen. Gut, perfekt. So, das war's für heute. Danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik.